Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Karlsruhe, deutsche Presseagentur, der frühere Bundesliga-Profi Rainer Ulrich ist tot. Der langjährige Spieler, Co- und Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Karlsruhe SC starb im Alter von 73 Jahren, wie ein Sprecher des Klubs mit Bezug auf Ulrichs Familie bestätigte. Wir sprechen allen Angehörigen von Rainer Ulrich unser herzlichstes Beileid aus und werden ihm und seinen Verdiensten für den KSC ein ehrendes Andenken bewahren, schrieb der Verein in einer Mitteilung. Zunächst hatten die badischen neuesten Nachrichten über Ulrichs Tod berichtet. Für den KSC lief der gebürtige Mannheimer, der auch für den dort ansässigen Vf erspielte, in 273 Pflichtspielen auf. Mit Karlsruhe stieg der Abwehrspieler in die Bundesliga auf. Verletzungsbedingt. Und like our video und share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.